Damit kommt er mir nicht davon. Fuli, schnapp dir die Baobab-Frucht! Ich krieg sie! Ach ja? Das war lustig. Ist alles in Ordnung? Ja, danke, Besti. Seid nur vorsichtig an dem Rand da. Ja, ist ziemlich trocken. Na ja, die Trockenzeit fängt ja auch bald an. Wegen einem trockenen Hang hört man doch nicht auf zu spielen. Also, wo ist jetzt die Baobab-Frucht? Genau hier! Komm zurück, Toto! Ich hol sie mir! Ich hol sie mir! Wenn's dunkel wird, soll bitte zu Hause. Ist gut, Mama. Ich komme bald. Das war Mama. Sie sagt, ich soll zu Hause sein, wenn's dunkel wird. Mama? Seht ihr seine Mama irgendwo? Nein. Und ein Elefant ist nicht so leicht zu übersehen. Ach, sie benutzen Infraschall. Infoschall? Was soll das denn wohl bitte sein? Nicht Infoschall, Infraschall. Manche Tiere verständigen sich mit Tönen, die so tief sind, dass nur sie sie hören können. Damit verständigen sie sich über große Entfernungen. Oh! Ist das dein Ernst? Huah! So machen das Elefanten eben. Bangatastisch! Kannst du denn alles hören, was sich im geweihten Land abspielt? Zeig mal! Lass mich hören. Klingt wie... Matembo! Sie geht zum Königsfelsen. Er hat recht. Das find ich gut, Nutoto. Ja, was noch? Oh, äh... Entschuldigung, ich muss zum Königsfelsen. Ah, ich höre Twiga. Sie scheint auch zum Königsfelsen zu wollen. Ja, Twiga ist unterwegs. Ah, sie wollen sich ja alle zur Versammlung der Oberhäupter. Versammlung der Oberhäupter? Der König ruft die Oberhäupter der Tierstämme zusammen, um mit ihnen wichtige Angelegenheiten des geweihten Landes zu besprechen. Papa sagt, wenn sich die verschiedenen Tiere einigen, hilft das dem Kreis des Lebens. Gerade jetzt, wenn die Trockenzeit beginnen wird. Pssst! Ich versuche zu hören, was im Toto hört. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, Banga. Oh nein! Jetzt höre ich ein Krokodil, das zum Königsfelsen will. Krokodil? Hä? Papana! Er hat recht. Es ist Maku! Ich bin sicher, dass er die Versammlung stören will. Der Kreis des Lebens ist ihm immer egal gewesen. Kommt! Bis zum Ende des geweihten Landes... ...ist die Garde festen Standes! Papa, fass auf! Du störst die Versammlung heute auf keinen Fall, Maku! Kion! Oh, Schreck! Beruhig dich, Kleiner. Ich bin eingeladen. Ach, wirklich? Schau die Garde der Löwen im Disney Channel.